Ich hab jemanden gesichert. Ja, schön. Kann man doch was machen, wenn man tot ist? Wahrscheinlich zugucken, wie Post spielt. Wirklich so ein Crackhaus hier. Ist ja unglaublich. Geradeaus, aber auch nix. Es gibt noch ne... Alter, der krabbelt weg. Was soll das denn? Stück Scheiße, Alter. Hier ist noch ne Tür. Da ist einer. Direkt an der Tür. Direkt dahinter ist einer. Das ist Ernie Boy. Aua! Bist du bekloppt? Ich hab das zu spät. Vegas, ey, was soll das denn überhaupt hier? Hast du die jetzt weggemacht, die Sprengfalle? Hier ist keine. Ich bin so angespannt. Ich hab das Gefühl, ich stehe unter dem Stroh. Wie geht das wieder weg? Warte, ich werde Flashback hoch. Der ist in den Raum hier reingegangen. Oh, scheiße, ich hab ja keine Ahnung. Ich geh jetzt mit dem Pfefferspray. Komm, hab ein Pfefferspray und rein da! Alter, ihr seid das beste Einsatzteam, was ich je hatte. Wir müssen hier raus. Sander, komm, wir gehen. Das hat keinen Sinn. Nein, da oben ist das Messding. Nein, ich hab schon wieder aus Versehen... Oh Gott! Hier ist ein Typ hinter. War okay. Taser... Die Tür ist stahlverstärkt. Der ist tot. Taser, Taser! Nein, noch Leute. Alter, die Blitze, Alter, die stirbt! Ja, Taser, Taser hier. Ich hab hier hinten bei mir noch drei Türen, die müssen wir mal erflascht. Talk to me, Loser. Locate Crystal Meth Package. Talk to me, Loser, sagt sie. Ey, wir müssen noch das Crystal Meth finden. Jetzt halt auf! Taser, Taser, Taser! Ich hab hier noch gesperrt! Ich hab sie voll ins Gesicht gespritzt! Stark, Ernie, Stark. Du hast ihm voll ins Gesicht gespritzt! Ich hab ihr die Scheiße ins Gesicht gespritzt! Ja, schön! Schön, die war's! So gut! Die blöde Hoe, Alla! Aber weißt du, dein Pfefferspray... Ja, das sprüht immer noch! Sprüht immer noch, Junge! Die blöde Hoe, Alla! Das wird wahrscheinlich Drogen konsumiert haben oder so aus Versehen und deswegen hat das hier so... Das sag ich auch immer. Ich hab auch so Syndromen kombiniert. Ja, tut mir leid, ich wollte das nicht, ihr Officer! Oh, hier ist er da! Das war eine Geise! Aber was tut denn?! Sie schießt einfach auf sie! Was machst du denn?! Sie hat failed the mission! Dann ist halt nix mehr und sie wirft trotzdem eine Flash rein! Oh, wir müssen zwei Leute gefangen nehmen! Wir haben doch... Hä? Können wir nicht einfach... Wir nehmen einfach Tesafilm, machen die Augen so auf und dann tun wir so, als würden die noch leben! Ey, oh mein Gott! Hier ist ein Kind! Ja, stimmt! Ja, das finde ich auch gruselig! Da gibt's ein TikTok neben ihm von, wo da jemand reingeht! Da ist ein Kind und schnallt's ab! Oha! Hä? Was machen wir mit diesem Kind? Das sieht so aus, als hättest du irgendwie Krämpfe! Ja, die wird wahrscheinlich Drogen aus Versehen genommen haben! Hä? Oho! Hä, was denn?! Hat er nicht gemacht! Was denn?! Was denn?! Da ruft man doch n' Arzt und knallt das nicht ab! Hä, ich hab überhaupt nichts gemacht! Nööö... nur nicht! Meine Waffe... ... hat ein Eigenleben! Und das möchte- ich möchte, dass du das respektierst! Ja, guten Tag, Herr Kommissar, meine Waffe. Jetzt mal ganz im Ernst, das Kind hatte wirklich keine guten Chancen mehr. Du hast gleich keine guten Chancen mehr. Das ganze Haus ist mit Pfefferspray geflutet worden. Jetzt mal real talk, ich habe gedacht, das Kind wäre schon tot. Ich habe gedacht, das backt nur rum oder so. Guck doch hier schon, was hier noch so ist. Guck mal im Stülkasten. Warum seid ihr denn alle gestorben? Ich wollte die Frau tasern. Hier ist eine Treppe noch. Draußen sind auch Gegner, ne? Ja, die sind tot, wenn ich sie sehe. Habe ich mich erschrocken. Ja, weil ich aus Versehen eine umgebracht habe. Also hier ist nichts bei mir hin. Ich auch, das Kind. Irgendwo muss noch Crystal Mav sein. Ja, dann packen wir mal die Spürnase aus. Wer ist das? Boah, ich sehe deinen Namen nicht in Night Vision. Ich hätte fast über den Haufen geschossen. Kannst froh sein, dass ich so professionell bin und sowas erkenne. Da müsste irgendwo das Mavpack sein. Hier. Da ist es. Was ist das denn für Mav? Aber es ist rot. Ja, hä? Das ist Magic Red. Achso. Oder Red Magic. Immer noch nicht fertig. Kennst du Magic Blue? Blue Magic. Ja, von American Gangster. Boah, mega geiler Film, oder? Ja. Die Stelle an dem Restaurant, wo er rausgeht und der Typ sagt, er schuldet ihm noch was. Digga. Einfach komplett, komplett krass. Mach mal die Tür auf. Warte, ich gucke gerade. Guck, guck. So, jetzt, pass auf. Und jetzt machst du nämlich hier, du kannst Kick Door machen oder Peak Door. Wenn du Peak Door machst, kannst du hier den Eumel da durchschneiden. Also, ist hier noch Pizza drin? Oh, wieder nichts übergelassen. Nimm das Marihuana mit. Nimm das Marihuana mit. Hey, wo ist es denn? Hierbei, hierbei. Es war in der Garage. Es wäre halt schon geil, wenn man bei fünf Leuten einfach mit Pfefferspray auf die Geiselnehmer draufkommt. Ja, war, er hat wirklich gut funktioniert. Ja, aber das wäre geil. Überlegt, du kommst rein. Oder komm mal, fünf Leute, die spritzen dich mit irgendeiner Substanz voll. Geil, Alter. Das ist so der Inhalt von jedem zweiten Porno. Geht's dir gut? Das war von Pitbull, hallo. Brauchst du Hilfe? Brauchst du, hast du Schmerzen? Ja. Clear. Dann rein in die Ulga. Oh. Sprengfalle, Bum. Kann jemand das Ding aufmachen? Erstmal Fuß gebrochen. Erstmal Fuß gebrochen. Okay, wo gehen wir zuerst rein? Und rechts. Okay, aber niemand war da da. Er steht direkt in der Tür. Ich kick die Dörr jetzt auf. Bist du ready? Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Scheiße. Jetzt. Hup. Weißt du, wenn man jetzt in so ein Gebäude reingeht, Anja? Pass. Nee, quer. Mach auf. Mach die Tür auf. Dann gibst du rechts und links. Ich kann die Tür mit der... Okay, los. Mach die Tür die ganze Zeit zu. Geh rein. Komm nicht rein. Warte, ich mach mal. Scheiße, voll. Ich hab hier in die Tür. Eieiei. Tür ist offen. Okay, dann komm ich dich sichern. Oh, hier ist jemand. Opsi. Opsi. Ist da was? Ist hier nicht geradeaus jemand schwer bewaffnet? Hier hat irgendjemand. Danke. Ich nehme ihn seine Waffe. Was will er jetzt tun? Er hat keine Waffe mehr. FBI, open up. Ist abgeschlossen. Der eine hier zittert übrigens. Zitter nicht. Zitter nicht. Okay, ready? Ja. Oh, da, hinten. Pew, pew, pew. Oh nein. Verbriss mich doch. Okay. Haben wir alle. Dann können wir jetzt mal um. Ich würde ihn töten. Ich würde ihn töten. Wir können auch umgehen. Du kommst hier nicht rein. Ich werde dir auch etwas ins Gesicht spritzen. Wie kommen wir nach oben? Geradeaus und links haben wir noch nichts. Hier ist noch was. Nein, also, stopp. Go, 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 go. Der geht da durch. Da weh, du blockst. Deiner? Nein. Pew, pew. Bleib stehen, du Stück Scheiße. Ich habe hier... Hilfe. Helf mir. Ich habe hier drei Leute. Ich habe hier drei. Die sind alle gedingetzt. Wo bist du? Don't make me put the gun down. Now drop the gun. Don't make hands in the air. Drop it. Helf! Tschüss, Ali. Ich habe die Schleifung immer gehabt. Sieht da auch nicht. Genau, Flash 4. Links von dir. Links von dir. Hinter dir. Au, wo kommt der denn hier? Ich habe gesagt, rechts drin. Das habe ich nicht gehört. So, jetzt wird es interessant. Alla. Bin ich alleine? Ja. Ach du Scheiße. You can do it. Easy. Oh! Ey, wer ist er denn, Junge? Ey, mal Leroy, den Kicks, Alla. Okay, das machen wir nochmal. Das war nice. Bleib stehen. Ich beschieß dich mit Blankgranaten. Das ist so geil, dass die NPCs so schlau sind und wirklich umlaufen und so weiter. Ja. 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 Ja.